Heute möchte ich euch 10 Möbel-Designs für Anfänger zeigen und das ist einfache Tische, ein Laptop, ein Versteck für eine Truhe, eine Türklingel, die funktioniert, einen Briefkasten, einen Mülleimer, Stühle, einen funktionierenden Kühlschrank und einen Whirlpool. Legen wir also sofort los mit der Nummer 1. Nummer 1 sind Stühle. Alle, die in Minecraft neu sind, fangen an in ihr Haus oder ihre Wohnung oder was auch immer Stühle und Tische zu bauen. Die kann man natürlich mit einer einfachen Treppe machen, eine einfache Treppe mit Schildern an den Seiten vor Armlehnen oder, damit das Ganze nicht ganz aussieht wie so ein Babystühlchen, kann man dann auch Stufen nehmen, macht da Falltüren drumherum, die man dann hochklappt oder man macht das Ganze mit einer Stufe und dahinter einer Tür, damit man eine hohe Rückenlehne hat und der Stuhl ein bisschen mehr von der Perspektive und der Größe her passt. Nummer 2 ist dann natürlich der Tisch. Den kann man aus Stufen ganz einfach machen, indem man eine Stufe kopfüber baut. Stufen haben die Eigenschaft, dass die, wenn man sie an die untere Hälfte baut, richtig rumstehen und an die obere Hälfte kopfüber sind. Und wenn man dann einfach so vier Stück Kreis rund baut, dann passiert es meistens, dass es sich hier nicht verbindet. Dann muss man es einfach nochmal probieren und nochmal probieren und dann klappt das auch. So hat man den einfachsten Tisch, den es gibt in Minecraft und jetzt könnte man da seine Stühle natürlich dran stellen. Aber es geht auch anders. Man kann zum Beispiel auch hingehen und kann so machen, ein paar Stufen hier dran und dann wieder Treppenkopf über. So und von der Seite nochmal. Dann hat man schon mal einen etwas längeren oder länglicheren Tisch und kann hier Sachen draufstellen. Aber so einfach ist das, wenn man sich einen Tisch machen möchte. Nummer 3 ist der funktionierende Kühlschrank. Der ist auch wirklich der älteste Trick im Minecraft-Buch. Man nimmt einen Spender, macht den unten hin, hält Shift gedrückt, um so in die Hocke zu gehen. Dann kann man nämlich hier drauf bauen, ansonsten geht man in den Spender rein, macht da einen Block seiner Wahl drauf. Ich nehme jetzt Eisen, eine Eisenfalltür, die man so davor macht und einen Knopf an der Seite. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann geht nicht nur die Tür auf, sondern auch der Spender, der wirft was raus. Also als Beispiel, so, schon hat man einen funktionierenden Kühlschrank, den man wunderbar neben seinen Ofen oder sonst was stellen kann. Nummer 4 ist der Briefkasten, genau. Und dafür machen wir einfach mal eine Hecke, die so ein bisschen unseren Eingang darstellt. So vielleicht, dass wir einfach sagen, okay, hier wohnen wir. Das ist dann unser Eingang zu unserem Grundstück. Und dann können wir einen Lesepult nehmen, was wir verkehrt herumstellen, so. Darauf machen wir einen Bienenstock, weil der hat diesen, von der Textur her, hier diesen Briefkastenschlitz. Und oben drauf machen wir eine Druckplatte. Schon hat man ganz einfach einen Briefkasten. Sieht ganz hübsch aus, wirkt ein bisschen runder, das Grundstück oder das Gelände, wo man sein Haus hat. Und es ist wirklich ganz einfach. Nummer 5 ist die Türklingel. Da gibt es viele verschiedene Varianten. Ich habe auch ein Video gemacht, wo man Super Mario Sounds hat als Türklingel oder, oder, oder. Aber wir wollen es hier ganz einfach halten. Das heißt, wir haben hier unsere Hauswand, wo unsere Tür reinkommt. So. Und das wäre jetzt der Eingang in unser Haus. Damit man klingeln kann, machen wir einfach nicht direkt hier neben, weil dann würde auch die Tür reagieren. Außer, man macht die Tür so. Jetzt ist sie auf dem Block dahinter. Die steht jetzt auf diesem Block hier. Und dann machen wir auf der anderen Seite die Glocke dahin. Denn die Glocke reagiert auf ein Redstone-Signal, also wenn wir den Knopf drücken. Nummer 6 ist ein Mülleimer. Jeder, der in Minecraft neu ist, merkt relativ schnell, er kriegt einen Haufen Items, die er nicht braucht. Und dafür könnte man einen Mülleimer gebrauchen. Ein Kaktus zerstört Items. Deswegen ist der ganz sinnvoll dafür gedacht. Den kann man aber nicht auf Gras bauen. Man braucht Sand. Da macht man da einen Kaktus drauf. Und dann nimmt man Gemälde. Und guckt einfach mal, welches Gemälde so am besten passt. Ich persönlich mag nicht die. Das hier. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, das passt vielleicht eher zu einem Fenster oder so. Aber das könnte man zum Beispiel nehmen. Gut, dass es auch gleich nochmal kommt. Oder das könnte man auch noch nehmen. Nein. Oder das. Also man kann verschiedene Bilder nehmen. Und obendrauf macht man am besten noch eine Falltür. Die kann man einfach so drauf und hochklappen. Weil dann kann man die Items dagegen werfen. Und wenn die auf dem Kaktus landen, sind die direkt kaputt. Und komischerweise macht Kaktus auch Kaktus kaputt. Funktioniert aber wunderbar. Ein ganz einfacher Mülleimer. Als nächstes wollen wir ein Versteck für eine Truhe bauen. Vielleicht mal neu in Minecraft. Die Freunde oder Kollegen, die klauen einem die Truhen leer. Oder weiß ich nicht. Vielleicht muss man die auf dem Multiplayer-Server verstecken. Deswegen ist es gut zu wissen, wie man eine Truhe leicht verstecken kann. Natürlich könnte man hingehen. Macht einfach so. Die findet so grundsätzlich keiner. Aber es soll ja auch ein bisschen schick sein irgendwie. Und deswegen machen wir 1, 2, 3, 4. Machen das Ganze dann auf 4 hoch. So. 4 mal 4. Hier hinten können wir das Ganze dann einfach... Ich mache es jetzt mal 2 Blöcke lang. So. Und wieder schließen. Und da kommt unsere Truhe rein. Um die zu verstecken, müssen wir hier vorne Schilder dran machen. So. Und dann können wir nämlich Gemälde da dran aufhängen. Also das Ganze für Gemälde gilt das Ganze jetzt, als wäre es geschlossen. Und wie ein Gemälde ausfällt oder wie groß es wird, das kann man entscheiden. Ich mache jetzt mal hier einen Block hin, da einen Block. Und setze hier das Gemälde dran. Na, so. Mit Shift gedrückt halten. Dann wird es ein 1x2 Gemälde. Weil ich es nach oben und nach rechts blockiert habe. Jetzt mache ich hier auch nochmal. So. Jetzt haben wir das schon mal. Und jetzt können wir zum Beispiel Treppen nehmen und sagen, hey, das ist so eine Ablage, die wir haben im Haus. Aber man kann hier durchlaufen. Man kann nicht durchsehen, aber man kann durchlaufen. Und das ist gut zu wissen. Dann kann man hier zum Beispiel seine wichtigen Sachen verstecken. Die vorletzte Nummer ist der Laptop. Das ist einfach ein schönes Deko-Element. Da gibt es auch viele verschiedene Varianten. Man kann das funktionell machen. Man kann das sehr detailliert machen. Wir machen jetzt eine einfachere Variante, wo man einfach nur erkennt, hey, das ist ein Laptop. Und zwar brauchen wir dafür irgendwo eine Ablage. Zum Beispiel so. Und wir machen dann hier ein 1er Gemälde an die Wand. Also Block, Block, Gemälde rein. Und dann müsst ihr euch überlegen, was ihr gerade sehen wollt. Vielleicht hier guckt ihr euch gerade einen ASMR Sonnenuntergang an. Dann können wir nämlich eine Druckplatte oder eine Grobwegeplatte hier vormachen. So. Das Gemälde verschwindet nicht. Das ist eine merkwürdige Eigenschaft, die eigentlich so nicht sein sollte. Weil der Block hier vorne ist ja durch das Gemälde an der Wand belegt. Aber nicht, wenn wir da so eine Wegeplatte vorlegen. Das funktioniert. Dann nehmen wir einen Steinknopf, legen den hier neben als Maus zum Beispiel. Machen vielleicht hier noch einen Topf mit Bambus. Dann haben wir da so eine kleine Pflanze. Und schon haben wir hier so eine Ecke, wo wir arbeiten können. Und wenn wir das jetzt kombinieren mit unserem Stuhl, dann machen wir einfach da eine Stufe hin. Und noch eine Tür. So. Und noch Falltüren, wie wir das ja am Anfang hatten. Und schon haben wir hier einen kleinen Arbeitsbereich. Als letztes kommt der Whirlpool. Weil ein Pool ist im Allgemeinen ein sehr beliebtes Objekt. Und den kann man ganz einfach bauen oder total übertrieben. Der einfache Whirlpool funktioniert so, dass wir zweimal zwei Seelensand machen. Und dann machen wir einfach Quarztreppen drumherum. Den Seelensand nehmen wir damit, dass Wasser gleich auch blubbert. So. Und dann können wir hier Wasser reinschütten. Und hier auf diese Ecken auch. Und schon haben wir den Pool ganz einfach. Wenn wir jetzt hier noch so Falltüren dran machen, dann sieht das auch aus wie so ein winterlicher Holzpool, den man draußen stehen hat. Also das finde ich irgendwie schöner, wie wenn wir den weiß lassen. Man kann natürlich hier vorne die zwei noch raus machen und vielleicht Fichtenholztreppe dran, damit man da auch einfach reingehen kann. So. Aber jetzt sehen wir, das Ganze blubbert wegen dem Seelensand. Der treibt uns nach oben. Das heißt, hier hüpfen wir auch drauf rum. Aber am Rand geht es einigermaßen. Und so hat man einfach einen Pool. Ich hoffe, ich konnte dir als vielleicht neuen Minecraft-Spieler ein paar Ideen für Möbel geben. Wenn ja, kann das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Und Teil von Team Lars LP werden. Von meiner Seite heißt es noch vielen lieben Dank, fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei, ja, einem Minecraft-Video oder Möbel oder O.